Der Haltung der hiesigen Polizei Anregen würde Anarchist ist nebenbei Bemerk Jeder Aber sie kommen ihm ganz unmöglich vor Wisst ihr Wie ich die gegenwärtigen Zustände nennen möchte Kannibalisch Die sind dein Vermögen wert Die kannst du dir doch gar nicht leisten Sag Bist du wieder in der Gesandtschaft gewesen War's das? Keine blutroten Fahnen Keine düsteren Rache Sonnen Die den Untergang einer untergehenden Gesellschaft zeigen Kühle Vernunft Das ist mein Optimismus Jawohl! Jawohl!